Wir sind jetzt beim letzten Video dieser Reihe über gute Taten und ob sie uns in den Himmel bringen. Wir haben gesehen, dass wir Menschen vor einem riesengroßen Problem stehen, und zwar das Problem der Sünden, die durch gute Taten, wenn es sie dann geben sollte, nicht auswirklichen werden können. Wir haben gesehen, dass es eine Lösung gibt für das Problem, und zwar der Glaube an Jesus Christus, der als Stellvertreter für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Wir hatten am Anfang mal die Frage vor uns, wann denn genug ist und ob man an den Punkt kommen kann. Wir haben ja gesehen, dass man das mit dieser Suche nach guten Taten, mit dem Versuch, Gott so zufriedenzustellen, nicht funktioniert. Aber wir dürfen wissen aus der Bibel, es gibt irgendwann mal einen Punkt, wo genug ist, und zwar mit der Bekehrung, die wir vor uns hatten. Der Jesus hat einmal gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich will euch Ruhe geben. Jesus Christus möchte auch dir Ruhe in dein Herz geben, dass du aufhörst, dir Angst zu machen, ob es reicht für den Himmel. Dass du aufhörst, nach dem Ziel zu suchen, ohne zu wissen, wo es ist. Es gibt einen Moment mit der Bekehrung, wo man am Ziel ist. Gott verspricht, zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 17, dass er nie mehr an unsere Sünden denken wird, wenn er sie einmal vergeben hat. In Epheser 1, Vers 6 lesen wir, dass wir in Jesus Christus vor Gott angenehm gemacht sind. Das heißt, wir sind vor Gott wirklich in einer Position als Christen, wenn man sich bekehrt hat, dass Gott einen komplett zu 100% angenommen hat. Ohne, dass man sich immer wieder angstvoll die Frage stellen muss, reicht es eigentlich? Wir lesen so etwas in Römer 3, Vers 24, dass wir vor Gott gerechtfertigt sind. Das bedeutet mehr als Begnadigung. Begnadigung heißt, jemand hat ein Verbrechen begangen, wird begnadigt, aber jeder weiß trotzdem, er hat das Verbrechen begangen. Rechtfertigung bedeutet, wir stehen vor Gott so da, als hätten wir niemals eine Sünde begangen. Alles vollkommen ausgelöscht. Jesus Christus möchte dir diese Ruhe ins Herz geben, dass du weißt, wenn Jesus für mich gestorben ist, wenn er mir meine Sünden vergeben hat, dann bin ich am Ziel. Dann kann ich aufhören, weiterzusuchen nach guten Taten, die mich irgendwie vor Gott angenehm machen. Dann bist du in Gottes Augen zu 100% angenommen. Und diese Freude, die wünschen wir dir, dass du weißt, dass du am Ziel bist, dass du nicht mehr weitersuchen musst aus eigener Kraft. Aber dann, wenn du ein Christ sein solltest oder ein Christ wirst, dann darfst du wissen, dann gibt es trotzdem gute Werke. Jedoch keine guten Werke, die dich in den Himmel bringen, sondern gute Werke, die du dann tun darfst, weil du weißt, ich komme in den Himmel. Und jetzt möchte ich gerne gute Werke tun aus Dankbarkeit Jesus gegenüber, dass er für mich gestorben ist. Auch davon spricht die Bibel sehr oft, dass Christen dann sehr wohl gute Werke tun dürfen. Allerdings nicht, um es den Himmel zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit Jesus Christus gegenüber. Wir wünschen dir diese Ruhe ins Herz, diesen Frieden und auch diese Freude, dass du wissen darfst, meine Probleme mit Gott sind vollkommen gelöst. Ich bin wirklich am Ziel, weil ich an Jesus Christus als meinen Erretter glaube.